Musik Unbekannte brachen am Wochenende in ein Einfamilienhaus in Elsfleth ein. Der 90-jährige Hausbesitzer Leonard Schumacher bemerkte den Einbruch, als er nach dem Haus sehen wollte. Ich habe es gesehen, als es drin war. Ich bin ja vorne reingegangen und dann sah ich gleich, um Fußboden lag alles voll. Sie müssen irgendwie ein Fenster kaputt gemacht haben oder irgendwas in der Scheibe und da sind sie von hinten ins Haus gekommen. Alles verwüstet, was da kaputt zu hauen war, haben sie kaputt gehauen und das Ganze nochmal wieder kaputt gemacht. Katastrophal. Das Haus der Schumachers ist derzeit unbewohnt. So war es auch kein Wunder, dass die Täter keine Wertsachen im Haus fanden. Besonders Anne Schumacher musste den Schock dennoch erst einmal verdauen. Ja, ganz schlimm, ärgerlich. Da haben meine Eltern gewohnt, da haben wir eine Zeit lang gewohnt. Ja, und jetzt wird es so demoliert. Die Polizei in Elsfleth ist nun auf Spurensuche. Um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden, möchte die Polizei zu dem Fall noch keine Aussage machen. Unter dieser Telefonnummer können Hinweise bezüglich des Vorfalls gegeben werden. Der Einbruch in das Einfamilienhaus ist kein Einzelfall. Die Polizei geht von einer Diebstahlserie aus. Deshalb empfiehlt der Präventionsbeauftragte der Polizei Brake, Häuser gegen Einbrecher besonders zu sichern. Haustüren sollten eine Mehrfachverriegelung haben. Ein Türspion ist vielleicht gut, wenn man nicht durchgucken kann. Und Fenster sollten eine Pilzkopfzapfenverriegelung haben. Wer noch mehr Tipps benötigt, der kann zur Polizeidienststelle gehen und sich diese Broschüre rausholen. Dort sind wichtige Tipps drin. Und wer ganz konkret wissen möchte, aber an seinem Haus noch was tun kann, der kann sich bei der Polizei Brake melden in unserem Fall. Jede Polizeidienststelle hat einen Präventionsbeauftragten. Der kommt zu Ihnen und guckt dann, wo das Haus sicherer gemacht werden kann. Leonard Schumacher kann jetzt nur hoffen, dass die Täter schon bald gefunden werden, damit sich die Anwohner im eigenen Haus wieder sicher fühlen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017